Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Sandra von Eiler Greisen, hinter der Kamera ist der Jens und wir möchten euch heute ein neues Produkt von unserem Kooperationspartner Allpowers vorstellen. Und zwar die R1500, die 1800 Watt leistet mit einer Spitze von 3000 Watt und die euch einfach mal 1100 Wattstunden gibt. Dazu kommt noch das 400 Watt Solarpanel. Das ist viel, viel mehr als wir auf dem Dach haben. Wir haben euch ja schon mal vor ein paar Wochen die S2000 Pro von Allpowers vorgestellt. Da hatten wir so ein paar Negativpunkte. Da hat Allpowers gesagt, dann testet doch mal die R1500, denn da habt ihr diese Negativpunkte nicht. Da sind wir jetzt mal gespannt. Das werden wir gleich mit euch zusammen testen. Außerdem haben wir natürlich einen Rabattcode für euch. Ihr könnt 10% sparen mit dem Code I like reisen. Näheres dazu unten in der Videobeschreibung. Und wir sind ja im Dezember und der Dezember steht bei uns absolut für Gewinne, denn wir möchten euch auch in diesem Video einen Gewinn übermitteln. Die Verlosung ist an Heiligabend. Wie sollte es anders sein? Und ihr könnt da die R600 gewinnen, natürlich auch von Allpowers. Aber jetzt fangen wir mal an und wir erklären euch mal alles. Die Allpowers R1500 kommt ja mit über 1 Kilowattstunde Strom daher und ist aus diesem Grund, weil es natürlich auch Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien sind, kein absolutes Leichtgewicht. Sie wiegt 16,7 Kilo. Von den Abmessungen, wir haben hier ein bisschen was über 41 Zentimeter, 31 Zentimeter in der Höhe und 26,5 in der Tiefe. So passt es noch bequem in den Camper rein, zum Beispiel ohne der D-Net oder wenn ihr einen größeren habt, wie zum Beispiel einen Alkofen, findet sich da bestimmt ein gutes Plätzchen im Schrank. Aber jetzt kommen wir mal dazu, was ihr alles damit laden könnt, denn ihr könnt damit 11 Geräte gleichzeitig laden. Ja, wir hatten ja zum einen bei der S2000 promokiert, dass es nur Lithium-Ionen-Akkus sind. Das ist ja hier schon mal was anderes, denn es sind ja jetzt Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Dann ein zweiter Punkt, den wir genannt hatten, war, wir konnten nicht verstehen, warum man hier oben nicht einfach laden kann. Auch dies kann dieses. Und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, zwei Geräte, Wireless-Charging, wie zum Beispiel euer Handy oder die Airpods oder sonst irgendwas, einfach hier aufzuladen. Ja, ich habe ja eben gerade gesagt, ihr könnt insgesamt 11 Geräte damit laden. Zweimal hier oben übers Wireless-Charging und dann hier haben wir in der Front alles schön zusammen. Und zwar zweimal USB-A mit 18 Watt, zweimal USB-C mit je 100 Watt und vier 230 Volt-Steckdosen mit einer reinen Sinuswelle. Ich finde diesen Verschluss, das ist ja bei der S2000 Pro und ein bisschen anders, noch viel, viel schöner. Der ist auch von der Haptik her richtig gut. Ja, und dann könnt ihr hier natürlich auch die Kaltgeräte-Stecker reinstecken. Dann ist es so, ihr habt hier 1800 Watt. Das gilt nicht pro Steckdose, sondern im Gesamten mit einer Spitze von 3000 Watt. Das heißt, ihr könnt jetzt hier nicht vier Kreissägen anschließen, das funktioniert nicht, aber in Summe könnt ihr 1800 Watt auf jeden Fall entnehmen in der Spitze von 3000. Und dann habt ihr hier auch noch den obligatorischen Zigarettenanzünder, wo ihr zum Beispiel eine Kühlbox anschließen könntet. An den praktischen Tragegriffen drehen wir das Gerät einmal um und hier haben wir diese schöne Klappe. Finde ich echt praktisch. Und zwar habt ihr hier einmal den Kaltgeräteanschluss. Da könnt ihr in Spitze bis zu 1500 Watt reinjagen. Das heißt, dadurch geht Schnellladung. Dann einmal den Reset-Knopf und den XT60-Anschluss für Solar mit einer Spitze von 650 Watt, was gerade bei Balkonkraftwerken echt interessant ist. Oder das ganz normale Solar. Und natürlich könnt ihr hier auch den Zigarettenanzünder anschließen vom Fahrzeug her und es dann während der Fahrt zum Beispiel laden. So, jetzt haben wir mal die R1500 einmal umgedreht. Auf beiden Seiten habt ihr hier diese Lüftungsschlitze. Und die R1500 kommt wirklich leise daher. Wir reden von unter 50 Dezibel, wenn sie ordentlich am Blockern ist. Das heißt, das ist wirklich, wirklich leise. Und ihr habt hier noch ein weiteres Fach. Und zwar diese zwei Anschlüsse. Es soll demnächst von Allpowers, die sind ja viel am Weiterentwickeln, noch zwei Zusatzbatterien für diese Powerstation auf den Markt kommen. Angeblich, aber das weiß ich nicht zu 100 Prozent, soll man dann in Kombination mit den zwei Zusatzbatterien auf 7 kW Strom kommen. Keine Ahnung, wann das auf den Markt kommt und wie schwer das Ganze wird. Aber 7 kW als ein Balkonkraftwerk zum Beispiel, das stelle ich mir schon echt interessant vor. Und noch einmal umgedreht. Diese Seite ist nicht ganz so spannend, aber sie steht echt gut, weil die Standfüße sind unten auch nochmal gummiert und richtig, richtig toll. Und dann haben wir hier noch diesen Sticker. Da steht natürlich einmal die Seriennummer drauf. Die ist wichtig. Warum, erkläre ich euch gleich. Und alle Spezifikationen dieser Powerstation. Die R1500 von Allpowers wurde natürlich wieder tippitoppi geliefert. Also alles safe, richtig gut verpackt. Und was war sonst noch dabei? Natürlich, wie immer, das schöne Täschchen von Allpowers. Und was verbirgt sich hier drin? Wir haben hier einmal den Kaltgerätestecker, so dass ihr mit einer Spitzenleistung von 1500 Watt dieses Gerät laden könnt. Außerdem dieses schöne Kabel, der XT60 und der MC4-Anschluss, damit ihr das Ganze natürlich auch über Solar laden könnt. Was nicht im Lieferumfang mit dabei ist. Was wir aber jedem Camper empfehlen würden, wäre dieses Kabel, und zwar der XT60 auf euren Zigarettenanzünder im Fahrzeug. So könntet ihr dann diese Powerstation auch von unterwegs ausladen. Das gibt es bei Allpowers extra im Shop für 25,99. Und natürlich, wie immer, die Bedienungsanleitung und hier, ganz wichtig, macht die Garantieverlängerung. Denn so bekommt ihr sechs Jahre Garantie auf euer Gerät. Nun kommen wir mal zum Laden und Entladen der R1500 von Allpowers. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ihr könnt innerhalb von 45 Minuten bis auf 80% wieder hoch beim Laden, wenn ihr es am Landstrom anschließt. Natürlich kommt die Powerstation mit einem Batteriemanagementsystem daher und hat auch einen eingebauten MPPT-Laderegler, also einen Solarladeregler, so dass es da auch nicht zu einer Überladung kommen kann. Außerdem könnt ihr die natürlich auch zum Beispiel zu Hause verwenden und da den Laptop oder den Kühlschrank oder sonst irgendwas anschließen und das Ganze als OSV, also als unabhängige Stromversorgung nutzen. Innerhalb von 15 Millisekunden schaltet sich dann das Gerät ein und versorgt eure heiklen Geräte oder was auch immer ihr da dran steckt, sofort wieder mit Strom. Erbaut ist ja hier, wie schon mittlerweile fast marktüblich, eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Es ist eine Schnellladung möglich, es ist eine lange Lebensdauer, also Allpowers gibt an. Das, diese hält für zehn Jahre bei täglicher Ladung. Es ist kein Memory-Effekt vorhanden. Allerdings kommt das Ganze natürlich mit einem schwereren Gewicht daher und bei niedrigeren Temperaturen kann man nicht mal laden bzw. entladen. Das ist allerdings auch kein Problem, denn ganz ehrlich, wenn wir das Ganze in einem Camper benutzen, unter 0 Grad, kommen wir nicht im Fahrzeug. Wir sind mal eben reingegangen, weil draußen war es einfach so hell, dass wir euch gar nicht das Display hätten zeigen können, aber das erklären wir jetzt einmal und zwar ist das natürlich wie immer bei Allpowers sehr übersichtlich. Ihr habt hier einmal die Prozentanzeige, das heißt, wie viel Kapazität ist noch drin. Es steht jetzt zurzeit bei 65 Prozent und ihr habt natürlich auch hier den Ein- und Ausgang. Das heißt, mit wie viel wird gerade geladen, die Batterie, und wie viel wird gerade entnommen, wenn ihr Verbraucher dran habt und wie viele Tage das jetzt so noch halten würde bzw. wenn es keine Tage sind, dann stehen da natürlich Stunden. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zur App. Die Powerstation könnt ihr natürlich auch über die Allpowers-App nutzen bzw. bedienen. Ganz einfach ist es echt einzurichten, indem ihr einfach etwas länger auf den DC-Knopf drückt. Dann geht nämlich auch das Bluetooth-Zeichen an und ihr könnt euch direkt verbinden mit eurer App von Allpowers. Die App war natürlich wieder total ruckezucke eingerichtet und jetzt erkläre ich euch das mal ganz kurz. Ihr habt oben stehen auf der App, wie viel Prozent die Powerstation hat. In diesem Fall 64 Prozent mit einer verbleibenden Restzeit von sieben Tagen und zwei Stunden. Ihr seht hier immer die Ein- und Ausgänge, was also gerade geladen bzw. entladen wird und könnt hier natürlich auch den AC, jetzt ist er an, ein- bzw. ausschalten. Genau das gleiche Funkt ist natürlich auch für den DC-Ausgang. Außerdem, und das ist neu, das gab es bei der letzten Version von der S2000 Pro noch nicht, könnt ihr hier bestimmen, wie der Arbeitsmodus ist. Der Standard ist das ganz normale Laden und dann gibt es den Stumm. Das lädt dann mit ein bisschen weniger Power und dann gibt es schnell. Das ist letztendlich der Schnelllademodus, wo ihr innerhalb von 45 Minuten die Powerstation auf 80 Prozent hochladen könnt. Das empfehlen wir nicht ganz so oft, weil natürlich das Standard bzw. Stumm viel, viel schonender für eure Batterien ist. Und dann gibt es noch den Energiesparmodus und ihr könnt sagen, wann soll die sich abschalten. Wenn ihr zum Beispiel unterwegs seid und sagt, okay, die Geräte sollen jetzt einfach nur noch eine Stunde oder zwei laden und dann soll die sich selbstständig abschalten, könnt ihr das hier drüber auch einrichten. So, jetzt haben wir es fast, aber wir gehen nochmal raus, denn die Sonne scheint und wir zeigen euch noch das riesengroße Solarpanel. So, wir haben mal ein paar Sachen hier rausgeholt aus dem Camper und wollen das jetzt mit euch gemeinsam mal versuchen und das alles gleichzeitig zu laden bzw. zu nutzen. Wir haben einmal hier die S200, unsere tragbare kleine Powerstation für unterwegs und es geht los. Und ja, wir haben, werden hier, bekommen wir direkt angezeigt, einen Verbrauch von 36 Watt und hier wird auch geladen. Dann ist ja Mittagszeit. Der Sandwich Maker, den schalten wir direkt mit dazu. Und es geht hoch auf 740, der muss ich ja auch immer ein bisschen einpegeln. Übrigens laut Herstellerangaben verbraucht dieser 750 Watt. Also mit der kleinen Powerstation zusammen sind wir da auf jeden Fall drunter. Ja, sind wir ja in der kalten Jahreszeit. Ein bisschen warm wollen wir es natürlich auch haben. Deswegen haben wir hier den Heizwürfel. Den habe ich jetzt auf 450 Watt und den schalten wir auch noch mit dazu. Und jetzt müsste es eigentlich losbrummen. Machen wir mal ein bisschen wärmer hier. Jetzt geht's an. Und dann sind wir auch fast bei den 2000 eben gerade gewesen. Jetzt regelt es runter. Und jetzt sind wir bei, eben gerade waren wir bei 1400, jetzt sind wir bei 1200. Das funktioniert also. Ja, und was kostet der Spaß? Tatsächlich unter 1000 Euro für 999 Euro ist diese zu bekommen. Wir haben ja auch noch den Rabattcode für euch. Schaut einfach nochmal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen was sparen. Also für über einen KW auf dem Markt ist das schon ein unschlagbarer Preis. Die Sonne scheint und was passt da besser als noch schnell euch das Solarpanel zu zeigen. SP37 mit 400 Watt. Ja, ihr habt richtig gehört. 400 Watt. Das ist schon echt ordentlich. Wir haben hier eine Länge von ein bisschen was über einen Meter. Das sind ungefähr einen halben Meter und dick ist das Ganze 5 Zentimeter. Das ist schon ordentlich groß, das Ganze. Allerdings sind es ja auch 400 Watt. Aber jetzt kommen wir mal zum Gewicht. 18,5 Kilo. Ja, ihr habt richtig gehört. 18,5 Kilo. Was ich mir aber ganz gut vorstellen kann, ist gerade Dauercamper oder Menschen, die länger an einem Ort sind, dass es dann absolut Sinn macht, weil dann hat man ordentlich Power. 400 Watt ist schon einiges. Und es hat auch einen Wirkungsgrad mit bis zu 22 Prozent. Außerdem könnte ich es mir ganz gut noch als Balkonkraftwerk vorstellen, denn nicht überall darf man das Ganze ja aufbauen. So ein festes Solarpanel. Und so hätte man ein bisschen Flexibilität zu Hause, um da auch einfach nochmal über Solar zu laden. Ja, wie immer bei All Powers diese neckischen Standfüße. Die finde ich echt gut. Und dann haben wir hier noch die Tasche, wo sich auch nochmal so einiges verbirgt. Die Bedienungsanleitung. Und dann haben wir hier zwei verschiedene Kabel. Einmal natürlich MC4 auf XT60, damit wir direkt das Ganze in die Power Station laden können. Und nochmal zwei verschiedene DC-Anschlüsse. Und All Powers selber gibt auch an, dass auch andere Power Stations als die von All Powers geladen werden können. Das heißt dann einfach hier einmal alles zusammenstecken und ab dafür. Und jede Menge von den Karabinern, um die Power Station auch aufhängen zu können. Denn sie hat überall hier neben auch nochmal so Aufhängevorrichtungen. Das Solarpanel ist aufgebaut und für seine 18,5 Kilo steht es echt richtig, richtig stabil da. Die Kenner unter euch haben es natürlich schon erkannt. Es ist ein polykristallines Silizium-Solarpanel und kein Mono. Denn Mono wäre ja schwarz. So, jetzt wollen wir das aber mal alles anschließen und schauen, ob es denn nun auch unsere Power Station lädt. So, einmal anschließen. Und jetzt sollte die Power Station gleich anspringen. Wir laden mit bis zu 350 Watt mit dem 400 Watt Solarpanel jetzt in der Wintersonne. Ganz spontan entscheiden wir uns dazu, unser 200 Watt Solarpanel aus der Heckgarage rauszuholen und ganz einfach mal im Vergleich zu schauen, wie viel wir damit jetzt laden. Und sind natürlich gespannt, wie so der Vergleich ist von dem 400 auf das 200 Watt Solarpanel. Wir sind bei 140 Watt, 142, 45, ja, und es sind 151, no, geht noch höher. 153 Watt haben wir jetzt. Also das schon, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ähnlich von der Ausbeute, wenn man es prozentual sieht. Also das waren ja hier auch 25 Prozent weniger, als was es Gesamtleistung kann. Und das hat es jetzt hier auch mit 150. Also, ordentlich. Ja, das war jetzt mal der spontane Zwischenversuch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die 200 Watt werden bei uns bleiben. Die 400 sind mega interessant. Aber, glaube ich, eher, wenn man längere Zeit an einem Standort ist. Weil 18,5 Kilo ist schon ordentlich eine Ansage. Denn das kleine 200 Watt wiegt 6,3 Kilo und ist für uns einfach praktischer und handlicher. Ich kriege das große auch gar nicht alleine aufgebaut. Das kommt noch mit dazu. Ja, und dementsprechend, also was ich mir noch vorstellen könnte, ein zweites 200 Watt, dann hätte man auch 400. Aber so bleibt auf jeden Fall das 200 Watt bei uns. Und was kostet das Solarpanel? 400 Watt 560 Euro. Dafür habe ich es heute Morgen gefunden. In Kombination Power Station R1500 und das 400 Watt Solarpanel von All Powers kostet das Ganze derzeit 1500 Euro. Und ich finde, dafür bekommt man schon ordentlich was geboten. Wenn ihr da ein bisschen sparen möchtet, besucht einfach mal den Link, den wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt haben. Und dann bekommt ihr nämlich 10% Rabatt. Natürlich müsst ihr nicht gerade die große Version nehmen. Es gibt natürlich auch die kleineren Versionen, wie wir es euch eben gerade gezeigt haben. Aber, wie gesagt, mit dem Rabattcode könnt ihr da nochmal 10% sparen. Natürlich haben wir das Gewinnspiel nicht vergessen. Ihr könnt gewinnen, die R600 von All Powers. Dazu hatten wir auch schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier. Diese coole Power Station, wie gesagt, könnt ihr gewinnen. Und was müsst ihr dafür tun? Folgt einfach uns und All Powers auf Instagram. Folgt uns hier auf YouTube und schreibt in die Kommentare, wohin ihr diese Power Station nehmen möchtet. Uns interessiert hier vor allem eure nächste Urlaubs- und Reiseziele. Denn dann können wir noch ein bisschen besser für nächstes Jahr planen. Denn wir glauben, ihr habt da richtig tolle Ideen. Verlost wird das Ganze am 24. Dezember. Denn das ist quasi unser Hauptpreis jetzt in der Weihnachtszeit. Denn das steht ja ganz im Zeichen vom Gewinnen bei Highlight Reisen diesen Monat. Denn wir wollten euch auch einfach ein bisschen was zurückgeben. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Ihr werdet benachrichtigt. Wie immer bei den Kommentaren unter eurem Kommentar benachrichtigen wir euch. Ja, und dann geht das Ganze zu euch nach Hause auf die Reise. Wir drücken ganz, ganz fest die Daumen. Hier geht es natürlich auch noch weiter mit Reisevideos. Wir wünschen euch eine schöne restliche Woche. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der rote Faden, der ist gerade hier, hast du ihn nicht gesehen. Der ist ins Meer gelaufen. Ins Meer gelaufen? Ja. In Kroatien. Ja, genau. Auf Krieg. Ja, da, da ist er. Da hinten ist der rote Faden. Schwimmt der da? Ja, auf jeden Fall. Siehst du ihn noch? Nee, der ist weg. Soll ich die Angle holen? Ja, bitte. Traurig.